ja moin moin meine lieben angelfreunde ich bin hier mal um den ganzen teig wiederum spaziert und bin hier in meiner eschen ecke für die leute die das ersten video schon gesehen haben das mache ich meistens mit den bellen 002 mit den silbernen je nach wetterlage natürlich auch bronze oder gold ihr könnt auch akilja benutzen die kleinen und ich glaube das sind die vier gramm und dass hiermit damit die äsche befischen forelle gibt es dann hier auch zu fangen und im moment sind das aber meistens zwergmarinen so was ich aber hauptsächlich hier möchte ist so ihr seid jetzt einmal ganz herum gelaufen ihr habt ihr seid mit dem boot nicht hier angelandet um hier zu fischen und ihr habt keine lust da jetzt wieder um zu laufen eine möglichkeit natürlich wäre reisen oder loggen und für die leute die das noch nicht wissen das geht auch so ihr lauft hier so ein bisschen links rechts geradeaus durch links rechts und sagt ihr seid hier dafür gibt es auch eine folge wenn ihr das gemacht habt und ihr erspart euch eine menge laufweg und zeit um zum neuen spot zu laufen ja das wollte ich euch schnell mal zeigen für die leute die das noch nicht wissen und ja viel spaß petri heil happy fishing bis zum nächsten mal